So, dann geht es jetzt mal hier weiter mit Brawl. Weiterhin Priester haben wir jetzt gespielt, zwei Duelle, machen wir jetzt noch ein bisschen Paladin. Bevor es an den Hexer geht. So, dann gehen wir jetzt an den Hexer. Panzerhuhn des Todes. Was jetzt? Oh, jetzt hat er so eine ... die ins Hand. Oh. Ich war cool, oh. Ich habe fast versucht zu nehmen. Hilft mir zwar jetzt nicht viel weiter. Die ist jetzt gar nicht mal so gut. Aber wir können sie eh noch nicht ausspielen. So gefühlt kriegt man jede Runde eine Münze auf die Hand. So viele Hühner. Beendet sein Zug. Oh. Das war ein Fehler, hätte ich im Dude ausspielen sollen mit der Coin. Das wäre ... Das wäre ... Ähm ... Wäre halt einfach noch ein bisschen besser geworden. Na ja, gut. Na ja, gut. Aber jetzt wird mal angreift mit seinem ... ... Shadow. ... Shadow. Naja. War noch nicht. Gleichheit. Quality, hm. Hör mal mit. Hör mal mit. Hör mal mit. Und jetzt ... Wisch. 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 und sowas auch ins Deck gemischt werden oder ob das dann so ein bisschen Random Factor ist. Gorilla-Bot A3, Rüstmeister. Oder den Taugenkrieger. Ich bin hier fast geneigt, den Taugenkrieger zu wählen. Ah, das war blöd, das war blöd. Ah, das ist ja schon mit Eifer. Was jetzt? Das Wort ist jetzt natürlich sehr, sehr schwach gegen Wirbelwind, was aber im Kriege immer kommen kann. Scheint aber nicht so. Gerne. Die Erdenmutter ist nah. Ja, ich möchte traden. Das ist eigentlich viel wird immer stärker. Noch ein Hühnchen. Oh, er greift an. Krasser Scheiß. Ja, Gratulation. Die haben Ragnaros gewählt. Ob er gesprungen ist, glaube ich, fast egal. Ich glaube nicht, dass er das noch gewinnen kann. Wie gesagt... Zack, zack! Ich hab nicht den ganzen Tag zahlt! Ohoho! Das hat ja richtig gut funktioniert. Jetzt... Aber ich glaube, das hilft dir auch nicht mehr, Kollege. Ein Silence wäre jetzt halt super awesome. Ein Silence. Aber trotzdem, fertig. Damit haben wir das Duell gewonnen. Alles klar, machen wir direkt noch eins. Wieder Paladin. Und dann... Was haben wir denn hier? Malok, Tidehunter. Und diesmal keine Münze. Das ist natürlich ein ziemlicher Nachteil, glaube ich sogar. Ich verstehe die Regeln ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz, weil... Also die Hühner werden anscheinend reingemischt. Wer weiß. ... ... ... ... ... ... ... Geht zum Dienst. Wie gesagt, ich finde es halt ein bisschen... Ja, es ist halt einfach zu langsam, für mich... Es ist okay... Ja, es ist so ein bisschen an der Grenze zwischen okay und wirklich zu langsam... Das finde ich halt so ein bisschen neuer. So, was kriegen wir denn? Faire Teidiger von Argus... Das ist gar nicht so schlecht. Oh, danke! Dankeschön! Also, das kann er gerne öfters machen. Habe ich persönlich nichts dagegen. Amogos Champion... Oh, Amogos Champion in Kombination mit Verteidiger von Argus. Ganz interessant. Der ist eher uninteressant, weil das nie passieren wird. Der ist so, naja... Amogos Champion... Nehmen wir mit... Ich kann mal überlegen, wie ich das am besten... So... Zack... Zack... Ah, okay... Das war's!